Der neue Mac Pro ist in unserem Labor eingerollt. Seine Hardware ist kreisförmig um einen innenliegenden Kühlkörper angeordnet. Die Luft wird unten eingesaugt und oben von einem großen Lüfter hinaus befördert. Neben einem 27 Zoll Display sieht man, wie klein dieser Kraftwerk eigentlich ist. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, das schwarz lackiert ist. Um an die Schnittstellen zu gelangen, muss man an die Rückseite des Mac Pro. Dort findet man auch die Verriegelung für den Alumantel. Anschließend lässt er sich nach oben abnehmen. Der Anwender kann den Arbeitsspeicher schnell erreichen und ihn selbst aufrüsten. Außerdem sieht man hier die Rückseite des Prozessorsockels und die pfeilschnelle PCI-Express SSD. Als kleines Gimmick hat Apple noch eine Beleuchtung für die Schnittstellen eingebaut, die dann stufenweise eingeschaltet wird, wenn man den Mac Pro bewegt. Dies soll beim Einstöpseln der Kabel helfen. Schönenמה 20 28 28 23 22 22 27